Hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine super tolle Nachricht für dich. Von der Paint Sock von Lenore gibt es endlich, wir haben so lange drauf gewartet, die neuen Farben. Und die möchte ich dir natürlich zeigen. Und ich habe sie quasi bekommen, die Nachlieferung der Paint Sock, als ich im Urlaub war. Hat mich riesig gefreut, als ich die ausgepackt habe. Und hatte die am Wochenende schon auf einem Kreativmarkt mit. Deswegen kann ich dir nämlich schon sagen, welche Farben besonders ins Auge fallen. Ich habe vier neue Farben der Paint Sock. Und wo die alten Farben eher so ein bisschen dunkel sind, kräftig, so nach Herbst aussehen, sag ich mal, sind die neuen total strahlend, teilweise pastellig, total verrückt, pink und so weiter. Also mega cool. Und ich möchte damit anfangen, dir erstmal nochmal zu zeigen, welche Farbe die beliebteste Farbe ist. Und Lenore hat Gott sei Dank diese Farbe, obwohl die das ja eigentlich nicht machen, das ist eigentlich Modegarn, die legen das einmal auf und wenn weg, dann weg. Haben sie diese Farbe, das ist Farbe 20, das ist auch die Lieblingsfarbe meiner Kunden gewesen. Die war teilweise bei der ersten Lieferung binnen ein paar Tagen weg. Haben sie nochmal aufgelegt und ich habe mich richtig gut eingedeckt. Das heißt also von der Paint Sock, ich weiß nicht, ob du den Socken sehen kannst. Das gibt ein Streifenmuster. Der eine Streifen bleibt immer gleich und die anderen Streifen haben einen Farbverlauf. Mega cool. Mega coole Färbung ist, als hier rausgekommen ist, die Wolle super toll eingeschlagen. Und das Lenore sogar erstaunt war, dass in Deutschland so viel Sockenwolle verkauft wird. In Italien selbst scheint das nicht der Fall zu sein. Aber nur, dass du weißt, also die bisherige Lieblingsfarbe meiner Kunden und ich würde mal sagen aller Kunden deutschlandweit von der Lenore ist wieder da und auch Gott sei Dank in einer richtig guten Anzahl gekommen. Dann stelle ich dir jetzt die vier neuen Farben vor und verrate dir natürlich auch, welche Farben so auf dem Kunsthandwerkermarkt besonders gut viel Aufmerksamkeit bekommen haben und auch schon gut gekauft wurden. Und zum Schluss des Videos zeige ich dir auch noch ein Strickset, was du machen kannst. Und wenn du zwei gleiche, sag ich mal, Knäule kaufst, schenke ich dir dieses Strickset mit dazu. Also quasi die Anleitung für dieses Strickset und bleib auf jeden Fall dran, damit du weißt, um was es da geht. Also fangen wir an oder machen wir weiter mit Farbe 60. Das ist mittelgrün, mittelblau, gelb. Aber man sieht auch, es wird hier rot-orange. Und ich weiß nicht, ob du es so genau sehen kannst. So sieht dann der fertige Socken aus. Du kannst es hier natürlich in meinem Online-Shop noch besser angucken, wie die Farben dann rauskommen. Das ist im Video immer ein bisschen schwierig. Aber man sieht auf jeden Fall schon den Unterschied zu dem hier. Der ist halt alles ein bisschen heller, sag ich mal. Der ist halt kräftiger. Der hat ein dunkleres Grün, dunkleres Blau. Hier ist es alles ein bisschen heller bei Farbe 60. Und guck gerne im Online-Shop nach. Da kannst du nämlich auch die fertigen Socken, habe ich da auch als Foto. Das hier ist die Farbe, mit der Lende nur halt auch Werbung macht. Da gibt es eine Sockenanleitung, die gibt es auf Englisch. Und ich finde, die sieht so fantastisch aus. Also fast zu schade, kann ich dir nur sagen, für Socken, weil die ja auch teilweise recht hell ist, die Farbe. Aber die Farbe kannst du dir gut vormerken für das Strickprojekt. Also wenn du zwei oder drei Knoll davon kaufst, dann kriegst du die Anleitung auf jeden Fall geschenkt. Also für Größe S braucht man zwei Knoll und für Größe M und L braucht man drei Knoll. Deswegen sage ich das so. Und dann gebe ich dir dann zu der Herbestellung die Anleitung dazu, die ich vom Englischen ins Deutsch übersetzt habe. Achso, habe ich überhaupt gesagt, welche Farbnummer das ist? Das ist Farbe Nummer 70. Und das Pastellige. So, und diese Farbe hier hat auf dem Markt, wo ich war, auf dem Kreativmarkt, mega Aufmerksamkeit gekriegt. Weil das ist so rosa, pink, türkis, hellblau, flieder. Mega cool. Ich versuche jetzt auch nochmal zu zeigen, wie der fertige Socken aussieht. Ich weiß nicht, ob du das so gut sehen kannst. Also, Lennonor hat quasi auf den Bandarolen immer den fertigen Socken abgebildet. Aber ich denke, über dem Video hier mit dem Licht kommt es wahrscheinlich nicht so gut raus. Also, die Farbe ist der absolute Hammer. Hat auf dem Markt mega Aufmerksamkeit erregt. Also, merkt ihr, Farbe 80. Guckt ihr das gerne nochmal im Online-Shop an. Die ist der Hammer. Also, auch für das Strickset mega gut geeignet. Also, eigentlich ist natürlich jede Farbe mega gut geeignet. Aber ich bin jetzt so dabei, ich könnte mich zum Beispiel zwischen den beiden gar nicht so gut entscheiden. Also, zwischen Farbe 70 und 80, von welchem ich da mir quasi dieses Teil stricken würde. Gut, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Die musst du jetzt ja treffen. Die letzte neue Farbe ist Farbe 90. Die hat auch genauso viel Aufmerksamkeit gekriegt, wie diese pinke hier. Die ist einfach der Hammer. Ja, grün, gelb, blau, petrol, hellblau, orange, Lachsfarben. Also, die ist einfach cool. Ich weiß nicht, ob du da den Socken so gut sehen kannst. Also, um dir die Farben und die fertigen Socken anzugucken, schau dir unbedingt im Online-Shop vorbei. Weil, ja, dann verrate ich dir jetzt nochmal, was für eine wundervolle Anleitung es aus der Paint Sock gibt. Das ist ein Plunder mit Zopfmuster vorne und Zopfmuster hinten. Man kann den natürlich auch ohne Zopfmuster stricken, wenn man sagt, man mag das nicht so gerne. Schau dir nochmal die Farben an. Es wird super schön geringelt und die Paint Sock eignet sich dafür einfach hervorragend, weil immer ein gleicher Streift sich ja immer wiederholt und dann der andere sich verändert. Und ich finde es den absoluten Wahnsinn. Für Größe S brauchst du nur zwei Knäuel und ab M und L brauchst du drei Knäuel von der Paint Sock. Und dann kannst du dir einen super schönen Polunder erstellen, der natürlich auch noch richtig pflegeleicht ist. Ich liebe das immer so, Anziehsachen aus Sockenwolle zu stricken, weil die einfach so pflegeleicht sind. Die kannst du einfach in die Waschmaschine stecken und fertig. Und das Schöne an dieser Sockenwolle ist, dass die so super weich ist. Ich vermute, dass das durch das Nylon auch kommt, was da halt mit drin ist. 75% Wolle und 25% Nylon ist da drin. Mega, mega schön. Ich zeige dir nochmal die Anleitung und ich habe die vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und ich möchte dir jetzt einfach anbieten, wenn du zwei gleiche Knäuel der Paint Sock kaufst, vielleicht auch drei, je nachdem, wenn du M oder L machen möchtest, brauchst du ja drei Knäuel. Wenn du drei Knäuel oder zwei Knäuel von der gleichen Farbe bestellst, dann lege ich dir automatisch die Anleitung mit dabei. Du kannst natürlich auch noch einzelne Farben dazu bestellen, wenn du Socken noch stricken möchtest. Aber wenn dich der Polunder interessiert, dann brauchst du natürlich die gleichen Farben. Und genau, dann schau einfach im Online-Shop vorbei. Ich habe auch noch ein paar alte Farben von der alten Kollektion. Das ist so ein Lila, habe ich einmal. Dann so ein Ocker-Rot. Ocker mit Rot, sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch so ganz herbstliche Rottöne. Aus den Tönen stricke ich gerade diesen Polunder. Und was ich dir unbedingt noch sagen möchte, die Paint Sock ist leider mal wieder Modegarn. Das heißt, wenn die weg ist, ist sie weg. Ich habe ein paar mehr Knäuel gekriegt als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war die erste Lieferung innerhalb von einer Woche weg. Das war der absolute Wahnsinn. Das heißt, wenn du jetzt Bock hast und sagst, hey, ich möchte mir diesen Polunder in meiner Lieblingsfarbe aus der Paint Sock stricken, warte nicht mehr so lang. Ich kann dir nicht garantieren, wie lange das noch vorrätig ist, wie lange das dauert, bis es wieder ausverkauft ist. Von daher, such dir deine Lieblingsfarbe aus, greife im Online-Shop zu. Und wenn du halt zwei oder drei Knäuel aus der gleichen Farbe bestellst, kriegst du automatisch von mir die Anleitung dazu geschenkt. Also, jetzt hast du die Qual der Wahl, welche Farben der Paint Sock du gerne verstricken möchtest. Ich denke, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Tschüss, deine Sabrina.